Da ist der Mulde. Da ist der Mulde. Und hier hat der Knopf. Da stecken alle so kleiner. Süß. Nachher, also, das sieht ja aus mit dem Zelt. So richtig wie so ein Tunnelbeißer-Instrument, ne? Ja. Na Mulde, komm mal ganz raus. Komm mal ganz raus. Den kann ich nicht, weil ich gerade den Ende ruhe. Da komm mal raus. Da komm mal raus. Kommt. Oh, wie der dreckig. Wie lang der wohl ist? Ich hab ja keine Ahnung. Ich glaub, wo die Tür so rum ist denn? Ach, das ist ja, das hätte doch den ganzen Tag. Das sieht aus. Und die gibt's auch in Nackig. Die gab's in München dazu in Nackig. Die werden erst recht keine schönen. Und noch ein Stück. Hier schau den Rücken. Oh, hier muss ich mal ruhig. Da, das ist ja eine Weibung. Das ist ja eine Weibung. Vielen Dank.